Im Mai 2000 machte sich die 23-jährige Kirstie Sarah Jones auf den Weg, um das Abenteuer ihres Lebens anzutreten. Eine Solo-Reise um die Welt. Nachdem sie ihr Studium der Angelistik und Medienwissenschaften an der Universität Liverpool abgeschlossen hatte, verließ sie ihre Heimat Tridomen in der Nähe von Breaking Wales und plante ein zweijähriges globales Abenteuer, das sie durch Asien, Australien und Neuseeland führen sollte, um schließlich in Südamerika zu enden. Wie die meisten Rucksack-Touristen hatte auch Kirstie mit Gelegenheitsjob gerade genug Geld verdient und gespart, um ihr Abenteuer zu finanzieren. Sobald sie unterwegs war, suchte sie nach der billigsten Unterkunft, um ihre Finanzen so weit wie möglich zu schonen. Drei Monate nach Beginn ihrer Reise reiste Kirstie 435 Meilen nördlich vom Bangkok in das bekannte Tracking-Zentrum Chiang Mai. Sie unternahm Dschungelwanderungen, Ritt auf Elefanten und besuchte Bergstämme. Chiang Mai, die größte Stadt im Norden Thailands, ist bekannt für ihre buddhistischen Tempel und ihren entspannten Lebensstil, der bei Touristen aus aller Welt sehr beliebt ist. Während ihres Aufenthalts checkte Kirstie im Airy-Gästhaus ein, einem 1 Euro pro Nacht kostenden Gästehaus. Was Kirstie jedoch nicht wusste war, dass dieses Gästehaus einen schlechten Ruf hatte und eine junge Frau dort nicht alleine übernachten sollte. Im Jahr zuvor war es für sechs Monate geschlossen worden, nachdem ein anderer Rucksack-Tourist in einem der Zimmer an einer überholten Dosis von Substanzen verstorben war. Das Gästehaus war ein Anziehungspunkt für Reisende, die vom Glück verlassen waren und nicht über die nötigen Mittel verfügten, um woanders hinzugehen. Da Kirstie jung, unbedarft und auf der Suche nach den niedrigsten Kosten war, beschloss sie, dass dies ein geeigneter Ort für sie sein würde, solange sie dann in der Stadt war. Am Abend des 9. August 2000 richtete sich Kirstie in ihrem Zimmer im Erdgeschoss des Gästehauses ein. Mindestens acht weitere Personen waren in dieser Nacht in dem Gästehaus, darunter auch der Besitzer, ein 33-jähriger Brite namens Andrew Gill. Ebenfalls anwesend war in dieser Nacht Surin Shanpranet, der thailändische Manager des Gästehauses, der auch eine Massageschule im oberen Bereich des Hauses betreibt. Andere Bewohner, die in dieser Nacht im Arie wohnten, waren Stuart Christen, ein 28-jähriger Australier, der später verhaftet wurde, nachdem Substanzen in sein Zimmer gefunden worden waren. Ein Mann, der nur Glenn genannt wurde, war ein ehemaliger Mormone und bekennender ehemaliger CIA-Spion, der nach Thailand ging, um sich von Kopfverletzungen zu erholen, die er bei einem Autounfall erlitten hatte. Nathan Forley, ein 27-Jähriger, der auf dem Weg aus Australien nach England war, um zum ersten Mal Verwandte in Kent zu besuchen. Stephen Trick, ein 27-jähriger, bärtiger, britischer Rucksack-Tourist, der bereits seit vier Jahren unterwegs war, als er in der Region ankam. Insgesamt waren sechs Fremdlinge und zwei thailändische Männer mit Kirste in den Gebäude untergebracht. Stephen, Stuart und Glenn waren Langzeitbewohner des Gästehauses und wohnten dort schon seit einigen Monaten. An ihrem ersten Abend im Gästehaus hatte Kirste mit Nathan Forley zu Abend gegessen, dem Australier, der auf dem Weg nach England war, um Verwandte zu besuchen. Danach machte sich Kirste alleine auf den Weg zu ihrem Zimmer. Irgendwann in den frühen Morgenstunden des 10. August hörte Stephen Kirste aus ihrem Zimmer schreien. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich los, lass mich los. Sureen und Stephen alarmierten den Manager des Gästehauses und gingen nach unten, um der Sache nachzugehen, entschieden sich aber, Kirstes Tür nicht zu öffnen, da sie, fälschlicherweise, annahmen, sie sei lediglich in einen Streit unter Liebhabern verwickelt gewesen. Als die anderen Gäste am nächsten Morgen erwachten, war von Kirste nichts zu sehen und auch nichts zu hören. Sie erschien nicht zum Frühstück und hatte auch keine Vorkehrungen zum Auschecken getroffen. Erst als ein Zimmermädchen das Zimmer der jungen Frau betrat und eine grauenhafte Szene vorfand, wurde Kirstes Verbleib bekannt. Kirste lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, teilweise unbekleidet und mit einem fest um ihren Hals gewickelten Tuch. Sie wurde geschändet und anschließend mit dem Tuch ums Leben gebracht. Die Polizei wurde gerufen, aber als sie am Tatort eintraf, waren bereits mehrere Personen im Zimmer, darunter auch ein ganzes Kamerateam des thailändischen Fernsehens. Die Nachricht, dass im Zimmer des Ari eine verstorbene Touristin lag, hatte sich bereits in der Gemeinde herumgesprochen. Schon bald tauchten neugierige Gemeindemitglieder und Journalisten im Gästehauf auf und verschafften sich Zugang zu dem Zimmer. Die Journalisten begannen in dem Zimmer herumzugehen, um die besten Winkel für Fotos zu bekommen und zerstörten dabei möglicherweise auch den Tatort. Als die Ermittlungen im Fall von Kirste begannen, wurden die Details über ihr Ableben immer undurchsichtiger und verdächtiger. Die Ermittler fanden bald heraus, dass das Hausmädchen zwar zunächst behauptet hatte, Kirstys Körper gegen 16 Uhr an diesem Tag gefunden zu haben, später aber zugab, dass sie gelogen hatte. Sie sagte sogar, sie sei unter Druck gesetzt worden, eine falsche Aussage zu machen. Die Polizei geht davon aus, dass es in Wirklichkeit der Hotelmanager Surin Chanpranit war, der den Körper fünf Stunden zuvor entdeckt hatte. Wie auch immer, es ist klar, dass einige der Bewohner des Gästehauses insgeheim von Kirstys Ableben wussten, und zwar mehrere Stunden bevor die Polizei informiert wurde. Die Verzögerung könnte lediglich das Ergebnis einer Panik unter den Angestellten des Gästehauses gewesen sein, die den Ernst der Lage und die Schwierigkeiten, in denen sie steckten, erkannten. Es könnte aber auch Teil einer umfassenderen und dunkleren Verschleierung von Kirstys Ableben und der Beseitigung von Beweisen gewesen sein. Kirstys Körper wurde zur Untersuchung weggebracht und hier konnte die Polizei menschliche Flüssigkeiten auf ihrem Körper identifizieren. Diese wurde eingesammelt und die Polizei hatte nun die wahrscheinliche DNA ihres Täters. Bis zum 16. August hatte die thailändische Polizei acht Verdächtige auf ihrer Liste für Kirstys Täter, aber DNA-Tests konnten keinen von ihnen mit der Tat in Verbindung bringen. Die Polizei beharrte darauf, dass es sich bei den Täter um einen Fremden handeln müsse, da kein thailändischer Staatsangehöriger zu einer solchen schlimmen Tat in der Lage wäre. Dies war ein übliches Vorgehen der Polizei in diesem Land, wenn sie unter Druck stand, einen hochkarätigen Fall abzuschließen. Die Polizei richtete ihr Augenmerk bald auf Andrew Gill, dem Besitzer des Gästehauses. Nur zwei Tage nach dem Ableben von Kirsty verschwand der britische Auswanderer, der die letzten zwölf Jahre in Thailand gelebt hatte. Die Polizei machte ihn schließlich in einer Bar in Chiang Mai ausfindig und nahm ihn fest. Andrew wurde eine DNA-Probe entnommen, die jedoch, wie die der anderen Gäste des ARRI, nicht mit der am Tatort gefundenen DNA übereinstimmte. Andrew versuchte zu erklären, warum er nach der Tat verschwunden war und gab an, dass er nicht wollte, dass die Polizei herausfindet, dass sein Visum seit zwei Jahren überholt war. Später wurde Andrew wegen des abgelaufenen Visums zu einer Geldstrafe von 2000 Barth, also 33 Euro, verurteilt und musste mit einer Abschiebung rechnen. Trotzdem wollte die Polizei weiterhin Anklage gegen Andrew erheben. Aram Shanpen, Polizeikommandant der Region Nordthailand erklärte, Andrew Gill sei aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen und Zeugenaussagen festgenommen worden. Andrew, der das ARRI Hostel gekauft hatte, nachdem er sein Haus in Andorra verkauft hatte, war in der Gegend von Chiang Mai sehr beliebt. Vor allem bei seinen britischen Landsleuten, die in dieser Gegend wohnten. Nach seiner Verhaftung schaden sich seine Freunde um ihn und brachten ihm Essen und Wasser zur Polizeistation. Zwei Monate später hatte die Polizei keine andere Möglichkeit mehr und mussten Andrew freilassen, nachdem verschiedene Zeugen ihn am Abend der Tat in einer örtlichen Bar gesehen hatten und die an Kirsti gefundene DNA eindeutig nicht von ihm stammte. Es gab einfach keinen Fall gegen ihn. Der nächste im Visier der Polizei war ein burmesischer Reiseleiter, der 34-jährige Abraham Nahrung. Abraham hatte Kirsti in einer Gruppe von neun Rucksack-Touristen auf einer dreitägigen Bergwanderung südwestlich von Chiang Mai begleitet und gehörte zu den letzten Menschen, die sie lebens sahen. Abraham behauptet, dass er einige Tage nachdem Kirsti ums Leben gebracht wurde, von der Polizei abgeführt und in ein Privathaus gebracht wurde. Dort wurde Abraham berichtend zufolge wiederholt in die Mangel genommen und zu einem Geständnis gedrängt. Die Polizei verlangte auch, dass er einer Probe seiner menschlichen Körperflüssigkeit abgibt, was er jedoch ablehnte. Später erzählte Abraham einem Medienteam, dass er von seinem Vernehmern zur Abgabe einer Probe geschändet worden sei. Es wurde spekuliert, dass die Polizei, die unter starkem Druck stand, den Fall abzuschließen, einen Sündenbock suchte und die Absicht hatte, Kirstis Körper mit seiner DNA zu kontaminieren. Dies würde ihn letztlich mit ihrer Schändung in Verbindung bringen. Abrahams Vernehmungsbeamte gaben bald auf, nachdem andere burmesische Reiserleiter in den Straßen von Chiang Mai protestiert hatten. Diese Proteste hatten die Aufmerksamkeit ausländischer Korrespondenten erregt, die nun über Kirstis Fall berichteten. Die thailändische Polizei hatte keine andere Wahl, als Abraham freizulassen, der in ein Auto verfrachtet und auf einer Straße in Chiang Mai abgesetzt wurde. Später entschuldigte sich die Polizei umfassend für seine Behandlung. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Suche nach dem Täter von Kirsti eingestellt. Kirsti wurde in ihre Heimatstadt überführt, wo am Freitag, dem 25. August 2000, die Trauerfeier stattfand. Im Laufe der Jahre haben Kirstis Freunde und Familie sowohl die britische als auch die thailändische Polizei immer wieder unter Druck gesetzt, um den wahren Täter zu finden. Auch die Polizei von Wales bot ihre Hilfe an, indem sie nach Thailand reiste, um sich mit den thailändischen Ermittlern zu treffen. Doch leider kam es Jahr für Jahr zu keinen Verhaftungen. Im Jahr 2005 reisten Kirstis untröstliche Mutter Sue und ihr Bruder Gareth nach Thailand, um den letzten Ort zu besuchen, an dem Kirsti zu Lebzeiten gewesen war. Im Jahr 2006 drängte der damalige britische Premierminister den thailändischen Premierminister, die Behörden aufzufordern, den Fall genauer zu untersuchen. Die thailändische Polizei musste zugeben, dass DNA-Test bewiesen, dass der Täter ein Thailänder war. Im Jahr 2011 ging die Polizei von Wales einem Hinweis auf einen Mann nach, der in einem Online-Video als möglicher Verdächtiger für diesen Fall genannt wurde. In dem von einem Australier hochgeladenen Video hieß es, die Polizei müsse gegen einen thailändischen Professor der Universität Chiang Mai ermitteln, der zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe des Erie-Gästehauses gesehen worden war. Der Verdächtige wurde auch als der jüngere Bruder des Inspektors der Touristenpolizei bezeichnet. Die Polizei von Wales leitete diese Information an die thailändischen Behörden weiter und bat sie um Ermittlungen, die jedoch nie beantwortet wurden. Im August 2012 trafen sich Beamte der Polizei von Wales ein zweites Mal mit thailändischen Beamten, um die forensischen Beweise zu besprechen. Kirstys Mutter Sue reiste erneut mit den Beamten nach Thailand, um einen eindringlichen Appell für Informationen zu starten. Für Hinweise, die zur Verhaftung führen, wurde eine Belohnung von 10.000 Pfund ausgesetzt. Dies führte jedoch nicht zu neuen Hinweisen oder Verdächtigen. Leider stellte die thailändische Polizei den Fall im August 2020 ein, nachdem die 20-jährige Verjährungsfrist abgelaufen war. Selbst wenn es der Polizei nun gelingen sollte, den Täter zu identifizieren, könnte er nicht mehr für die Tat zur Rechenschaft gezogen werden. Deine Schmerzen Deine Schmerzen Untertitelung des ZDF, 2020